Was wäre aus Ihnen geworden, wenn Sie in eine slowakische Familie eingeheiratet hätten und nicht in eine Familie, die so positiv... Dann würde ich heute noch Konferenzen im SZ-Magazin leiten. Zu Ihrem Verdruss? Möglicherweise, ja. Ich war lange da. Bitte erklären Sie, warum Sie geschrieben haben, die italienische Fußball-Nationalmannschaft bestünde aus elf Spielern mit 33 Eiern. Das habe ich geschrieben, weil ich damit zum Ausdruck bringen wollte, dass die halt eben, obwohl sie nicht richtig gut sind, trotzdem so sehr von sich überzeugt sind, dass es auf diese Art und Weise immer mal wieder klappt bei Ihnen. Bitte komplizieren Sie die Zeile aus einem Lied der von Ihnen so heiß geliebten Toten Hosen. Was für Eltern muss man haben, einen Vertrag zu unterschreiben? Bei diesem Scheißverein. Wir würden nie zum FC Bayern München gehen. Haben Sie diesen Song, da haben Sie keine Probleme. Das ist halt ein Song. Nee, ich finde den lustig. Die spielen den auch in München gerne und die Leute singen alle mit. Das ist alles in Ordnung. Welches Ihrer Kinder wird es als Erwachsener psychisch nicht wegstecken, dass der Vater in seinem Arbeitszimmer nicht gestört werden darf? Eher mein Sohn. Der leidet darunter. Er würde gerne mal kommen. Er kann sich nicht daran halten. Es gibt so ein Durchgang-Verboten-Schild. Man darf nur rein, wenn man blutet oder wenn es Essen gibt. Und er höhlt aber diese Regel ständig aus. Indem er sich selbst kleinere Verletzungen zufügt. Nee, er ruft immer von außen. Und dann gehe ich halt und mache die Tür auf. Was ist jetzt los? Naja. Was schmeckt Ihnen eigentlich wirklich nicht? Rote Beete. Wann musste Ihre Frau das letzte Mal mit Ihnen schreien und warum? Wann musste die das letzte Mal schreien? Ich glaube, ich war uneinsichtig. Ich glaube, ich wollte irgendwas nicht, was aber schon seit Monaten feststand. Also ich bin so unflexibel. Also dann sagt sie, wir sind übrigens am Samstag bei Sowieso's eingeladen. Und dann sage ich, ich will nicht zu Sowieso's. Aber das haben wir schon vor drei Monaten mit denen ausgemacht. Und dann kann es sein, dass sie dann... In welcher Beziehung sind die Italiener den Franzosen und Spaniern kulturell überlegen? Jetzt muss ich ja sagen, in fast jeder. Ich sage mal, was das Essen angeht. Das finden Sie besser als in Frankreich und in Spaniern? In Frankreich können sie unfassbar schlecht essen. Ich sage mal, was das Essen angeht.